Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist Montag, also ganz aktuell und ich habe mir lange überlegt, was für ein Video heute kommen soll. Ich wollte heute jetzt nicht so super aufwendig irgendwas machen und deswegen mache ich jetzt einfach nur ein kleines Informationsvideo und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ja, was gibt es Neues bei Little Ribbon Nursery? Einiges. Also, ihr habt es bestimmt gesehen. Unser Profilbild, unser Kanalbild, unser generelles Aussehen auf YouTube hat sich ein wenig geändert und ich wollte euch gerne mal fragen, wie ihr das so findet. Ich habe ein neues Kanalbild kreiert, allerdings auf Tab, auf Handy und auf PC wird es nicht komplett angezeigt. Das finde ich leider ein bisschen doof, aber das ist leider so. Für mich war jetzt wichtig, dass hauptsächlich der Name dann halt gezeigt wird und dann halt auch dann der Satz darunter steht, wann und um wie viel Uhr halt meine Videos kommen. Und da würde ich gerne mal wissen, wie ihr das so findet, dieses Aussehen an sich und wie ihr das neue Profilbild findet. Da ist jetzt der Bergsteiger Cabri drauf und im Hintergrund eine schöne Landschaft. Ich fand das Bild halt unheimlich schön und wollte euch halt gleichzeitig dazu fragen, wie ihr das so findet, ob ich das jetzt erstmal lassen soll, dieses Kanalbild oder dieses Profilbild, also das kleine. Oder halt, ob ich das regelmäßig in regelmäßigen Abständen ändern soll, halt immer mal so ein aktuelleres Bild da reinsetzen soll. Das würde ich gerne mal wissen. Schreibt mir das doch bitte mal in die Kommentare. Dann das nächste an Informationen, was ich für euch habe, ist, letzte Woche der Vlog hat sich ja auf Freitag verschoben und ich habe euch dort ja meine Stoffwindeln präsentiert, die ich seit letzter Woche Montag in Besitz habe. Und, ähm, da sind sie. Und viele von euch haben mich einfach gefragt, ob es die nicht auch einzeln gibt. Weil ich habe ja für euch verlinkt, unten in die Infobox, wo ich die her habe und da gibt es die halt einfach nur in Fünferpacks. Und ich habe die mir gekauft gehabt, weil ich keine Lust hatte, jetzt noch wochenlang zu warten, sondern wollte einfach das System jetzt ausprobieren, wollte jetzt ausprobieren, ob das was für mich ist. Ich habe heute Morgen auch schon meine Mäuse alle gewickelt wieder. Habe mir die Mühe gemacht, mal zu schauen, ob es die auch einzeln gibt und bin tatsächlich fündig geworden. Allerdings muss ich sagen, klar sind die dann auch was billiger. Also ich habe jetzt im Durchschnitt pro Windel 4 Euro bezahlt. Wenn ihr die einzeln kauft, bezahlt ihr inklusive Versand pro Windel 3,21 Euro. Also schaut in die Infobox, da ist der Link dazu. Da gibt es auch ganz viele süße Muster, auch für Mädchen und für Jungs. Ja, wenn ihr die halt einzeln kauft, müsst ihr allerdings mit einer 3- bis 6-wöchigen Lieferzeit rechnen. Wie gesagt, ihr findet alles immer in der Infobox. Ich verlinke euch alles immer in der Infobox. Und dann sind wir auch schon bei der Infobox. Denn auch die Infobox hat sich sehr geändert. Und auch da würde ich gerne mal Feedback von euch haben, wie ihr das so findet. Weil ich möchte den Kanal ja mit euch gemeinsam gestalten. Ihr sollt euch ja auf meinem Kanal wohlfühlen, da ihr ja schließlich meine Abonnenten seid. Und ich halt auch immer wieder möchte, dass ihr wieder auf meinen Kanal zurückkommt. Und deswegen möchte ich gerne auf meinem Kanal eine Atmosphäre schaffen, wo ihr euch wohlfühlt. Und dazu zählt halt einfach auch, dass ihr auch eure Meinung mal sagen könnt. Übers Aussehen, über Infobox, über Veränderungen und ähnliches. Das war der nächste Punkt. Dann möchte ich euch was ganz Süßes zeigen. Und zwar hat meine Schwester für Milan diesen Schnuller anfertigen lassen. Der ist so, 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 so süß. So sieht er aus. Er ist so ein schönes hellblau. Dann steht da drauf Milan. Und dann sind da zwei Sterne drauf. Und ja, den muss ich jetzt noch anfertigen mit Magneten. Genau. Ja. Das ist er. Ja. Den hat meine Schwester über DM anfertigen lassen. Und hat dafür knapp 9 Euro bezahlt. Also wenn jemand Interesse hat, die im DM-Markt, die wissen Bescheid. Da braucht ihr einfach nur Fragen. Ja. Jetzt zeige ich euch aber mal meine süßen Mäuse. Und das sind sie auch schon. Heute sind alle ein bisschen flotter angezogen. Mein kleiner, süßer, großer Räuber. Mein Checker. Hier mit seinem Hoodie. Von H&M. Der passt ihm auch total gut. Dann hat er eine dunkle Leggings an. Dunkelblaue und H&M Socken. Ne? Mein Schatzi. Genau. Meine süße Talia Maus macht sich hier sehr breit. Wie man sieht. Die kleine, süße Mutter. Die hat ein neues Set an von Early Days. In Größe 50 ist das eher. Allerdings ist der Pulli, wie man sieht, ein klein wenig zu kurz. Aber das ist auch nicht schlimm, ne? Kleine Mutter. Ja. Die süße Maus. Genau. Sie macht sich hier Platz bei den Jungs. So. Und hier sind meine süßen Zwillinge. Noah und Elia. Meine süßen Mäuse. Die haben wieder ihr süßes, süßen Pullover an. Den roten. Den kennt ihr ja schon mit der Gitarre drauf. Meine süßen Rocker-Babys. Genau. Und die haben eine neue Jeanshose an. Was heißt neu? Ich habe die schon sehr lange. Die hatte ich mal neu gekauft. Die sind von C und A in Größe 56. Und die habe ich heute denen das erste Mal jetzt angezogen. Die sind auch gefüttert. Da. Und die sind was dicker. Genau. Und die passen den beiden angegossen. Ja. Dann wollte ich euch noch was zeigen. Und zwar habe ich diese süße Lichterkette ist das. Ich habe die erst in hellblau-weiß und dieses Anthrazit gehabt. Fand die Farben richtig toll. Die haben auch hier richtig gut reingepasst. Allerdings war die Kette dann defekt. Und ich musste sie umtauschen. Und die hatten leider kein hellblau-weiß Anthrazit mehr. Sondern haben sie jetzt rosa-weiß Anthrazit. Ja. Okay. Dann muss ich damit halt Vorliebe nehmen. Ich habe die jetzt erst mal einfach so hier an das Bettchen gemacht. Ich mache die mal an. Zeige ich euch das mal. So. Ja. So sieht es aus. Und das sieht total schön aus. Abends, wenn es schon dunkel wird, mache ich die dann an. Und dann sieht das total schön aus. Was ich noch sagen wollte. Ich wollte mich bei euch auch noch entschuldigen. Der letzte Vlog letzte Woche, Freitag, ist an einigen Stellen sehr dunkel geworden. Das habe ich allerdings erst gesehen, als ich das Video bearbeitet habe. Und konnte leider das auch nicht mehr nachdrehen oder ähnliches. Weil das sonst, ja, die Situation einfach verfälscht hätte. Die Lichtverhältnisse halt so blöd waren teilweise. Aber es ging halt teilweise nicht anders. Weil an dem Tag war es sehr regnerig. Es war draußen unheimlich düster. Und obwohl ich schon fast überall Licht angemacht habe, sind manche Stellen einfach sehr dunkel geworden. Und meine Kamera ist halt nicht die beste. Und ja, ich versuche mich dann da zu bessern und versuche auch bessere Lichtverhältnisse auch für euch dann hinzubekommen. Und ja, ich wollte dieses Video jetzt nicht allzu lange machen. Es war halt kein super aufwendiges Video jetzt. Weil heute ist Montag. Lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Ich würde mich immer freuen über einen Daumen nach oben. Und ich würde sagen, ich mache jetzt einfach Schluss. Wünsche euch allen einen schönen Abend. Einen schönen Start in die neue Woche. Für die, die heute schon den Start hatten, hoffe ich, ihr hattet heute einen schönen Tag gehabt. Und verabschiede mich jetzt nochmal mit einem letzten Bild in mein Babybett. Und sag einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss.